Hey du Fouli! Hä? Ist es noch Zeit, dass du wieder einmal trainieren? Nicht die ganze Zeit nur rumliegst und essst. Ja, hast recht. Ich sollte wirklich wieder einmal aufstehen und etwas machen und mich bewegen. Und das Coole ist, aber jetzt kommen wir endlich wieder in der Schule vor Ort trainieren. Also, kommen wir vorbei. Wir freuen uns. 98. 99. 100. Und jetzt freuen wir uns darauf, wieder alle in der Schule zu trainieren. Wir freuen uns auf euch. Hey! Ah! Und rein! Hallo Tag! Wir haben jetzt ein mega cooles Nordstück-Handtraining gemacht und sind jetzt voll ready für euch, zum loslegen und in der Schule zusammen trainieren. Und wisst ihr was? Wir freuen uns auf euch! Training mit richtig coolem Surround Sound. Höchste Bildauflösung und richtig genialen 3D-Effekte gibt's neu. Weber in der Schule! Tschüss! Hallo zusammen! Tschüss! Habe ihr schon gehört? Oder grüsst? Ich vermisse euch! Vor allem immer das Lassen! Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch von Wuschwild auch ein paar Plätze anbieten und mit euch zusammen lachen. Ich freue mich, euch wieder zu sehen! Bis dann! Tschau! Tschüss! Ich kann es kaum erwarten, den Raum hier, wo es doch so schön ist, zu lassen und freue mich, euch bald in der Schule wieder zu begrüssen. Merci! Fallen wir auch in die Trainingskollegen? Dann melde dich doch jetzt auch für die nächste Stunde in der Schule. Ich freue mich auf dich! Heimtraining ist ja schon gut. Aber manchmal ist es einfach alles etwas eng. Sorry! Sorry! Oh! So schön! Wir können wieder in die Schule! Wir dürfen wieder in die Schule! So gut! Vergesstet eure Wasserflaschen nicht! Wir lagen euch ein! Kommt vorbei! Wir freuen uns auf euch! Nach sieben Wochen Training zu Hause freuen wir uns wieder gemeinsam zu trainieren. Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch! Nächste Woche werden wir in der Schule voll Gas geben! Oh! Wir sind auch hier! Mega viel! Endlich sind wir wieder hier! Wir freuen uns total auf euch! Dah era. Wir fahren uns ... zum G dessen. Vielen Dank.